Ausgangspunkt ist dieser sehr schöne Tweet. Aus der Haut fahren wollen aber kein passendes Fahrzeug finden. Ja, es ist ja tatsächlich seltsam, dass wir aus der Haut fahren sagen. Warum ist es so? Dazu müssen wir wieder einmal in die Vergangenheit blicken. Und wenn wir das getan haben, dann ja meistens in Bezug auf Lautwandel oder morphologischen Wandel. Jetzt geht es uns aber um den semantischen Wandel, also um den Bedeutungswandel. Denn wenn wir uns das Verb fahren in alten Texten anschauen, dann stellen wir fest, dass es da noch in einer anderen Bedeutung gebraucht wurde. Zum Beispiel wie hier im Nibelungenlied. Hier heißt es, damit er fahren wollte in Burgundenland. Und hier ist nicht gemeint, dass Siegfried und Co. mit dem Auto oder mit der Bahn reisen wollten, sondern, das wird im Kontext deutlich, mit ihren schönen Rössern, also reiten. Im Alt- und Mittelhochdeutschen hatte Fahren einfach generell die Bedeutung sich fortbewegen. Das konnte also auch zu Fuß sein. Im Neuhochdeutschen geht das nicht mehr. Hier können wir die Bedeutung mit sich mit einem Fahrzeug fortbewegen paraphrasieren. Hier ist also ein semantisches Merkmal hinzugekommen. Es hat somit eine Spezialisierung stattgefunden. Dies wird traditionell als Bedeutungsverengung bezeichnet. In der Wendung aus der Haut fahren hat sich diese Bedeutung aber noch erhalten. Genauso übrigens auch wie im Wort Erfahrung, denn nicht nur langjährige Autofahrer sind erfahren. Wir haben natürlich auch das gegenteilige Phänomen, die Bedeutungserweiterung. Und auch dafür ist Fahren ein Beispiel, oder genauer gesagt das daraus entstandene Adjektiv fertig. Das Fahren und Fertig zusammenhängen haben Sie vielleicht gar nicht gewusst. Auch mir war das lange nicht klar. Ursprünglich bedeutete Fertig, zur Fahrt bereit. Nun bedeutet es allgemein bereit, egal ob man sich auf eine Fahrt macht oder nicht. Hier ist also ein semantisches Merkmal verloren gegangen, was zu einer Generalisierung geführt hat. In dieser Grafik werden links die Spezialisierung, also Bedeutungsverengung, und rechts die Generalisierung, also Bedeutungserweiterung nochmal gegenübergestellt. Für die Spezialisierung wurde hier noch ein anderes Beispiel ausgewählt. Im Mittelhochdeutschen wurde das Wort Wirt noch für alle Gastgeber verwendet. Im Neuhochdeutschen ist es eine Berufsbezeichnung. Häufig findet also eine Änderung der Hierarchisierung statt. Unser Wortschatz ist in Ober- und Unterbegriffe gegliedert. Das sieht man auch sehr schön, wenn man etymologisch verwandte Wörter in verschiedenen Sprachen miteinander vergleicht. Zum Beispiel Deutsch Tier und Englisch Deer. Das deutsche Tier ist ein Oberbegriff, der sehr viele Lebewesen abdeckt. Das englische Deer bedeutet aber bekanntlich nicht das gleiche wie das verwandte deutsche Wort, sondern es bezieht sich nur auf Rotwild. Hier hat im Englischen also eine Spezialisierung stattgefunden. Als allgemeiner Begriff für Tier hat sich Animal durchgesetzt, aus dem lateinischen Anima. In der Schule mussten wir ja alle solche False Friends lernen. Und da stecken eben häufig semantische Entwicklungen in einer der beiden Sprachen dahinter, in mindestens einer. Denn auch im Deutschen gab es in der Tierwelt Verschiebungen. In der alttestamentarischen Auffassung werden die Tiere in vier Gruppen unterteilt. Luther hat dies mit Fische, Vögel, Vieh und Gewürm übersetzt. Besonders das Gewürm ist interessant. Damals hätte man es nicht als Tier bezeichnet. Wurm wurde früher als Oberbegriff für alle sich kriechend fortbewegende Tiere gebraucht. Darunter fallen etwa auch Schlangen. Das Wort Wurm hat sich also im Laufe der Zeit spezialisiert. Heutzutage kann es nicht mehr für Schlangen und andere Kriechtiere benutzt werden. Übrigens ist es im Schwedischen sogar so, dass das entsprechende Wort Orm Schlange bedeutet. Auch hier hat also das gleiche Wort verschiedene Bedeutungen angenommen. Und das englische Wort für Schlange ist Snake. Mir war ehrlich gesagt bis zu diesem Video nicht bewusst, dass es mit unserem Wort Schnecke verwandt ist. Ja, man sieht also, solche semantischen Verschiebungen können durchaus für Verwirrung sorgen. Dass germanische Sprachen wie das Deutsche, das Englische oder das Schwedische im Wortschatz relativ ähnlich sind, kommt LernerInnen prinzipiell natürlich zugute. Aber die Semantik kann da so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machen. Wir hatten ja jetzt die Bedeutungsverengung und Erweiterung. In vielen Fällen kann man aber nicht so genau sagen, ob sich die Bedeutung verengt oder erweitert. Hier kann man generell von einer Bedeutungsverschiebung reden. Auch fertig könnte man insofern als Verschiebung betrachten, dass nun auch die Bedeutung abgeschlossen hinzugekommen ist. Wenn man fertig ist, ist man nicht unbedingt zu etwas bereit, sondern kann auch etwas vollendet haben. Bedeutungsverschiebungen finden nicht von heute auf morgen statt, sondern über einen längeren Zeitraum. Und eine Folge davon ist häufig Polysemie. Dazu habe ich ja schon mal ein anderes Video gemacht. Ein gutes Beispiel ist da das Adjektiv billig. Um 1800 bedeutete es noch so etwas wie angemessen fair. Um 1900 kam da die Bedeutung preiswert hinzu. Und noch etwas später wurde billig auch im Sinne von minderwertig gebraucht. Man könnte sagen, dass hier im Laufe der Zeit eine Bedeutungsverschlechterung stattgefunden hat. Auch ein interessantes Phänomen, auf das ich jetzt aber nicht weiter eingehe. Dazu mache ich vielleicht noch ein weiteres Video. Die erste Bedeutung angemessen fair ist schon veraltet. Sie kommt im Prinzip nur noch in der Wendung recht und billig vor. Und auch die scheint in der Frequenz abzunehmen. Die Bedeutung preiswert kommt aber natürlich heute noch vor und ist auch immer noch die Hauptbedeutung, würde ich sagen. Das zeigt auch das DBDS-Wortprofil. Die meisten Substantive, mit denen sich billig verbindet, tragen noch die Bedeutung preiswert. Mittlerweile gibt es aber auch die billige Polemik, den billigen Populismus und den billigen Trick, in denen billig im Sinne von Minderwerte gebraucht wird. Diese Verwendungsweise ist wie gesagt noch relativ neu, auch wenn sich erste Belege für den billigen Trick schon Mitte des 20. Jahrhunderts finden. Spannend ist auch diese Verlaufskurve, die zeigt, wie häufig billiger Preis und günstiger Preis vorkamen. Wir sehen, dass sich die Verhältnisse im Laufe des 20. Jahrhunderts gewandelt haben. Mittlerweile scheint günstig hier bevorzugt zu werden. Es ist nicht leicht, aus solchen Verlaufskurven eindeutige Schlüsse zu ziehen, aber das könnte mit der Doppeldeutigkeit von billig zusammenhängen. Es kann also durchaus sein, dass die Bedeutung preiswert in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verloren geht. In dieser Grafik wären wir noch bei Stadium 2. Die Bedeutung preiswert ist noch häufiger. Vielleicht wundern sich aber die Menschen der Zukunft darüber, warum Anfang des 21. Jahrhunderts eine Sache noch als billig beworben wurde. Das Wort Sache ist auch ein gutes Stichwort, denn falls Sie selber ein bisschen zum Bedeutungswandel recherchieren wollen, habe ich diese Anregungen für Sie. Und sofern es Ihnen nicht so billig, sondern recht und billig ist, würde mir ein Freudenschrei entfahren, wenn Sie mit Ihrem Mauszeiger über den Daumen nach oben Button fahren und klicken. Vielen Dank.